Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur neuen Episode der Podcast Creator. Heute geht es um ein ganz spannendes Thema, nämlich um Riverside.fm, dem Tool für jede Podcast-Fernbeziehung und für jeden Interviewgast, der einfach zu weit weg von dir weg wohnt. Und ich will da gar nicht mehr zu viel darüber sprechen. Und wir kommen zum Intro, oder lieber Gio? Lass uns loslegen. Los geht's. Grüß euch. Hallo. Wir are back. Yeah. Du aus Österreich, ich aus Deutschland und dementsprechend nutzen wir eine Software, die uns das Ganze ermöglicht. Richtig. So wie schon erwähnt, Riverside.fm. Wir nutzen das jetzt schon eine längere Zeit, muss man sagen. Insbesondere ich für verschiedene Interviews und ich bin begeistert, Michael, muss man einfach sagen, weil die Qualität ja einfach unschlagbar ist. Ich habe verschiedene Tools verwendet für die Aufnahme von Remote-Interviews und kein Tool und das meine ich wirklich ernst, kein Tool hat sich so gut geschlagen wie Riverside. Und Michael, wir haben uns ja ein paar Punkte aufgeschrieben, die extrem wichtig sind, heute zu erwähnen für die Hörer. Und ich würde sagen, wir starten gleich los. Richtig. Ich starte schon, wie erwähnt, mit dem externen Aufnehmen, also Remote-Aufnahmen. Gio und ich sitzen jetzt gerade, ich in Österreich, er in Deutschland. Und wir nehmen die Datei gerade in eigentlich einer ziemlich sehr guten Qualität auf und haben eigentlich nicht mehr viel Aufwand, außer die Episode zusammenzuschneiden und hochzuladen, da wir von beiden die perfekte Aufnahmequalität haben, dank Riverside. Genial. Vor allem geknüpft mit einem Roadcaster, muss man sagen. Michael drückt zum Beispiel auf eine Taste, dann kommt ein Effekt, zum Beispiel ein Klatschen immer noch. Und der Vorteil ist, das Ganze wird über Riverside mit aufgenommen. Und das erleichtert uns die Aufnahme der Episode und am Ende haben wir eine fertige Datei. Wir fügen diese zwei Spuren in zum Beispiel Audacity, haben wir auch in ein paar Episoden besprochen, vor ein paar Episoden besprochen. Und das Ganze lässt sich dann sehr sehr schnell quasi in einem Workflow integrieren, dass wir sehr sehr effektiv arbeiten können. Aber erzähl mal, wie funktioniert das mit der Audio- und Videodatei, damit sich vielleicht der Hörer gleich auskennt, wie das überhaupt klappt mit Riverside. In erster Linie kannst du entscheiden, mit welcher Kamera man dich sieht, das heißt, damit man eine Videoaufnahme durchführt. Dann kannst du auch auswählen, welches Mikrofon möchtest du verwenden und auch benutzt du Kopfhörer oder nicht. Und das Gute ist, wenn du keine Kopfhörer verwenden würdest, was ich dir auf jeden Fall nicht empfehlen kann, dann könntest du eine Art Reduction of all Noises, also von dem Lärm. Dadurch reduzierst du den Lärm und man versteht dich besser. Das versteht quasi die Plattform direkt und kann das Ganze anwenden. Finde ich sehr genial für Podcaster oder für Personen, die du interviewst, die vielleicht keine Podcaster sind und keine Kopfhörer und keine Mikrofone haben, was nicht ganz so ideal ist, aber dennoch die ganzen Geräusche, Stürgeräusche entfernt werden. So, jetzt haben wir mal ein paar Basic geklärt. Das Gute ist, du nimmst auf, ich sitze hier in Deutschland, Michael, in Österreich, dauerhaft wird die Datei hochgeladen, lokal und dadurch gibt es keine Unterbrechungen, weil stell dir vor, du hast jetzt Internetprobleme. Das wird dir abgesehen davon im Normalfall auch angezeigt, indem man sich nicht mehr so gut versteht. Ganz easy. Die Datei wird von beiden Parteien hochgeladen, dauerhaft und du siehst es, in dem da steht 99% Upload und ganz am Ende siehst du dann auch die 100%, dann wird ganz kurz gebuffert und du hast die fertige Datei der einzelnen Personen im System, sage ich mal, im Dashboard zu finden und genial. Ich glaube, ich würde vorab greifen, wenn ich sage, man kann verschiedene Spuren exportieren, verschiedene Qualitäten, ob jetzt komprimierte Audio-Dateien oder auch die Wave-Dateien in vollem Umfang, dasselbe auch mit Video. Das ist es. Jetzt ist es. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020